Frohes neues Jahr, meine Lieben! So, meine lieben Freunde der schweizerischen Sonne, wir sind hier jetzt völlig woanders und nicht mehr entspannen, wie man gut sehen kann. Das ist hier jetzt eine wunderschöne Stadt in der Schweiz. Mehr wird vorerst nicht verraten, aber ihr könnt euch freuen auf viel mehr Videos. Und hier ist mein Schatzi vom Denkripp hier auch noch zu sehen. Viel mehr. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen herum gucken, was wir hier so finden und dann könnt ihr dann dabei sein. Mir geht's immer besser noch als überhaupt in den letzten Jahren. Uns geht das so gut. Also schaut euch in, das sieht hier alles spannend aus. Und wir werden uns Mühe geben, bis ihr dann auch ein bisschen Spaß habt hier. So, wir gehen jetzt einfach weiter. Schauen, was uns vor die Wind bekommt. Es könnte ja so Verschiedenes sein. Ja, die Sonne scheint heute, es ist kalt. Aber, naja, für meine Verhältnisse kalt, aber es lässt sich aushalten. So, hier haben wir linksbäume, rechtsbäume und vorne Sportplatz und ein herrlicher Kran. So, schön groß und überhaupt alles ist spannend hier. Ich entdecke dieses Land mit viel Freude. Dieses Leid ist cool, oder? Ja, also bis jetzt konnte ich kein Leid feststellen, aber... Ich weiß nicht, wenn sie Leid festhalten. Ja, genau. Aber das sieht ja so cool aus, dieser große Kran. Leider ist er nicht am Arbeiten, schätzungsweise. Na ja, ja, Sportplatz. Das kommt ja noch. Mir zeig ich euch später. Wir wollen ja nicht alles gleich in einem Stück filmen, sondern etwas zusammenschneiden. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018